ja hallo das schwierigste schon mal geschafft in die fahrt von nordenstadt bis zum flughafen das erste teilstück und dann geht es nach mauritius und jetzt macht bloß kein fehler beim auftanken das sind ja doch gut ja ich weiß nicht weit über 9000 kilometer ja dann gucken wir doch mal das ist ja schon riesengroß ja das gibt schon was her für so einen briefmarkenräuber angemessen auch direkt zugang zur badewanne sehr schön ja riesengroß gut runtergekühlt ja und ganz wichtig natürlich die minibar die wird jeden tag aufgefüllt ja was da heute natürlich fehlt ist römerpilz ja geht es weiter zur außenanlage ja das ist aber eine stufe hier one on one ja leider hat ein bisschen regen einzugenommen der kleine pool ja alle auf der flucht wobei es ja wohl egal ist ob das wasser von oben kommt oder ob man im wasser steht wo ist da der unterschied noch zwei drei eindrücke hier von der hotelanlage es ist also der main pool hotelanlage die zimmer lauschen wir noch ein wenig hier im grillenkonzert boah sind die laut sind die laut hier ja geschafft beim abendessen so was haben wir hier ragu wow sehr schön prima ja die pommes natürlich wieder ein bisschen versteckt aber das muss sein ja was nehmen wir denn immer wieder das gleiche problem was nehmen wir nur zum Nachttisch also so ein bisschen regen muss ja auch mal sein im urlaub gut dann jetzt noch so einen kleinen rundgang hier über die anlage durch die anlage links und rechts die zimmer parkplätze und aqualand und natürlich was zu so einer anlage mit dazu gehört das ist ein spielplatz welcome to aqualand jeden tag geöffnet von 10 bis 17 uhr und ja erlebnisrutschen alles dabei für jung und alt und es geht dann auch so um 10 uhr ja dann ist es hier auch rabbel voll so dann unser weg unser weg jetzt richtung strand vorbei am restaurant hier ähm gilt es noch früh am morgen so um halb 10 da ist alles noch schön ruhig ja heute wieder ganz schön wind angesagt und da hinten schon zu sehen das Meer der strand ja so sieht das hier aus nach insgesamt ja doch elf stunden flug hier am strand moritius das bralle strandleben ja und so sieht es hier am abend aus schön schöne beleuchtung schöne abend beleuchtung ja natürlich auch wind und ja das war's dann mal wieder tschüss und auf wiedersehen und da ist sie die 2 penny blaue mauritius